Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Wir in der Redaktion versuchen, das Leben der Menschen, unserer Leser, von vielen Seiten zu beleuchten. Und dabei haben wir uns die Idee vom Rollentausch ausgedacht. Das heißt, wir Kollegen gehen ab und zu mal in Geschäfte, in andere Berufe und machen da für eine Stunde, für einen halben Tag mit den Menschen mit. Wir waren schon beim Bestatter, wir waren schon beim Bäcker. Und da ich gerne esse, bin ich heute zu meinem Lieblingsdöner. Musik Gibt es so eine Lieblingspizza der Taumelsteinhund? Die Pizza 76, das ist ein bisschen spezial. Schimpensalami, die Dronibus, die Fischepilze. Meine erste Pizza. Wolfgang, ein bisschen dunkel. Ja, sehr gut. Pizza Speziale. Guten Appetit. Und was gibt es bei Ihnen zum Mittagessen? Also mit der ganzen Personal tun wir jeden Tag zum Beispiel mittags, sagen wir so, heute erst mal gibt es Schnitzel, heute mal Nudeln, hohe Pizza, heute mal Dönergerichte. Oder wir essen auch mal was Hausgemachtes, also was wir selbst hier kochen. Wenn ich noch mehr übe, dann wird es gut. Dann wird es gut, fast genau. Musik Und jetzt ist die beste Soße. Also das ist die Knoblauchsoße, Cocktailsoße, Joghurtsoße, scharfe Soße. Also wenn Sie mich fragen, was die beste Soße ist, würde ich sagen, Knoblauch, weil ich gerne Knoblauch eher essen. Okay. Musik 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 Dankeschön, gerne. Und hier habe ich mich angestellt. Das habe ich sehr gut gemacht. Das habe ich sehr gut gemacht. Ja, also ein Mann wie Sie, konnte man hier noch ein Stück zu brauchen. Musik 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 Es hat mir sehr gut gefallen und noch besser geschmeckt. Musik 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 Darauf können Sie sich verlassen.